Hallo meine Freunde, da bin ich wieder. Ich bin noch hier fleißig am Bauen. Ich begrüße euch zu einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Abenteuer verpasst. Ich bin beim letzten Hausbau und dann sind meine Bewohnerskeimer abgehauen. Das ist meine letzte Bewohnerin auch noch untergebracht, wenn sie jetzt nicht noch im letzten Moment die Fliege macht, ist alles gut. So, jetzt holen wir uns noch ein paar Steine und da ist die Sache ja auch erledigt. Das Dorf erwacht langsam, es ist morgens um 4.32 Uhr. Und da reise ich mir, da kloppt hier fleißig rum. Hier habe ich noch die Holzstämme. So, jetzt legen wir hier überall die Holzstämme rein. So, dann nehme ich jetzt noch mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, wo stehe ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwo festgepackt oder was? Da geht nicht weiter. Es hängt da fest. Wo hängt denn der fest? Gut, befreie mich. Und es war zehn Holzstämme und ein paar Steine nehme ich mit. Jetzt muss ich aber auch erst noch mal was essen. Zu essen haben wir nichts drin. Im Lager, so traurig wie sehe ich es, ist nichts drin. Wir haben überhaupt nichts gekocht. Die Freunde backen hier. Jetzt koche ich erstmal was zu essen. Das muss zu viel Zeit was sein. Da nehme ich jetzt mal 90 Fleisch. Genau, F. Ich glaube zwei Kohl, 96. Ich nehme jetzt mal wahllos was mit 90 Fleisch. Dann nehme ich mit ein paar Kohlköpfe, F. Und den Kohlköpfe, F. Und den Kohlköpfe, Schälchen. Da musst du ihn warten. Wenn sie nicht warten kann, dann muss sie eben abhauen. Ich kann es an den anderen. Die haben ja nichts gekocht, die Leute. Das ist auch zu viel jetzt wahrscheinlich. Und die sind noch, ach ne, ich habe noch 49 Eintöpfe drin. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Die sind noch Materiallahre, habe ich die auch hingeschleppt. F, F, alles klar. Da kennt sie ja auch nichts essen. Das war meine Schuld. Alles klar. Ich nehme aber trotzdem hier noch. Fleisch habe ich auch noch hier drin. Und was ist denn jetzt? Es geht nicht. Das Mausrad ist nicht richtig. Richtig funktioniert. Holzscheiben nehme ich mal mit. F, 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 F. Egal wie viel ich jetzt habe, da kommt noch. Jetzt gehen wir mal hin. Ich mache jetzt noch Sücken. Wenn wir morgen in die Küche gehen, das ist ja nicht weitergekommen. Das ist doch schon in die Küche. Das ist sowieso noch gerne. Da kochen wir jetzt hier. Was kochen wir denn? Was haben wir denn noch bei? Kohlzippen. R, E, F, F 32 Kohlzippen. So, na bitte. Schaffen wir uns Lebensmittellahre, den Quatsch. Fertig sind sie. Da haben sie auch was zu essen. Ich esse auch was bewusst. Eintopf. F, F, F und vielleicht noch einen Eintopf. Alles klar. Ich schaffe das jetzt mal als Lebensmittellahre und dann kümmere ich mich um das Haus. Ich gehe mal runter. Ich müsste auch noch einen Trinkschlauch haben zum Betrinken. Das war mein Fehler, dass ich die Eintöpfe ins Materiallager geschleppt habe. Na ja gut, den Kohl tue ich wieder rein, Kohl, Suppe und jetzt haben sie doch was zu essen. Kein braun, nie rumjammern. So, und wo ist mein Fleisch, das Fleisch ist alles aufgebraucht, alles klar. Gut, jetzt gehe ich rüber ins Material, räume mich dort aus und nehme Steine mit und bau dort oben das Haus fertig. So, was habe ich jetzt hier drinnen, das Brett brauche ich nicht mehr, das ist zu viel. Dann habe ich noch dabei die Holzschalen, F, E, F, ja ich mache zwei Holzschalen, kleinen Weidenkorb, den habe ich irgendwo mitgenommen, das ist von den Banditen, glaube ich. So, alles klar, dann nehme ich Steine mit. Steine, R, S, wo sind das Steine, Steine, F, nehmen wir mal ein paar mit, 61, gut, den Rest holen wir nachher, mit dem wir brauchen. Ich hätte auch noch was zu trinken einstecken, da kann ich mal ein Schluck aus der Pulle nehmen. Noch ein Schluck, alles klar. Und meine Bewohnerin, die neue, die ist noch da, ist noch nicht abgehalten. Ach, die Holzstämme habe ich vergessen, alles klar. Na, die holen wir noch. Ich muss sowieso noch mal runter Steine holen. Aber da habe ich jetzt genügend, da rennt immer noch eine mit der Fackel rum. Und der Rasi ist heute sehr, sehr zeitig munter. Ich bin noch nicht mal im Bett. Alles macht man für seine Bewohner, für seine Mitmenschen. Und wie wird es einem gedankt? Gar nicht. Wir holen jetzt noch mal Steine. Hier liegt noch Steine, 13. Wo kommt denn die her? Ach, die habe ich doch hingeschmissen von dem Nachbarn. Hier macht man ihn sauber. Hört ihr es? Schraubt schon wieder mit dem Besen rum. Ein Baudreck machen die im Nachbarhaus, denke ich mir. Die alte Sau hätte ich die Mutter auch gerne machen können. Jetzt holen wir noch ein paar Steine. 20 Steine dürfen wir reichen. Und 10 Rundhölzer. Und das ist die Sache erledigt. Hier sitzen sie schon wieder wie die Jünger auf der Stange. Und dann ist das letzte Haus auch fertig. Und dann kann ich mein Lager aufräumen. Muss ich aufräumen. Wir nehmen jetzt mal mit. Fleisch habe ich auch hier hineingeschmissen, was nichts zu tun hat. So. Holzstämme. F. Hier 34 nicht. 15 können wir nehmen. Und jetzt nehmen wir noch Steine mit. 30 können wir mitnehmen. Da sind wir gerade mal so ausgelastet. 25 reichen auch. Stein F. 20. Ah, dann machen wir 30. Alles klar. Gut. Das dürfte jetzt reichen. Jetzt machen wir das Haus fertig. Dann kann der letzte einziehen. Die ist schon tiefrot. Die Kusch denke ich mir. Hier. Dieser Smiley. Mehr als rot ist da schon. Das diskutiert doch schon wieder. Am frühen Morgen hier. Hier. Holzstamm rein. Holzstamm. 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 Und hier. Das letzte. Steine und Holzstamm. Abgeschlossen. Alles klar. Jetzt gucken wir uns die Wohnhäuser an. Jetzt haben wir 36 Wohnhäuser. So viel hatte ich noch nie. So viel hatte ich noch nie. Das eine hier ist noch leer. Da brauchen wir noch einen Mann. Da brauchen wir noch. F. Leeren Slot zuweisen. F. Und da haben wir noch die Filiberta mit 27. Minus 41. Das ist die Stimmung. Na ja. Du kannst dich wieder beruhigen Mädel. Du hast eine Bude über den Kopf. Gott. Du wirst du fressen. Finster Arm. So. Nun krieg dich ein. Sei froh, dass dich jemand geholt hat. So. Gut. Jetzt können wir aufräumen. Also. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir aber reichlich. So viel hatte ich auch noch. Das liegt aber daran, dass wir die Pärchen so lange wie möglich rausgezögert haben. Denn Kinder zählen ja mit zur Bevölkerung. Und wir haben bis auf unser Kind noch kein Kind. Deswegen konnte ich auch so viele Leute holen. Vielleicht kann ich sogar noch welche holen. Ich weiß es nicht. Aber ich sage mal. Jetzt gucken wir mal in die Verwaltung rein. Ich habe jetzt 72 Bewohner. Einer fällt noch. Der 73. Oder? Wie viel kann man noch holen? Gucken wir mal in die Häuser rein. Eigentlich 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Überall 2. 2 von 4. Die letzte jetzt. Das ist 1 von 4. Also 1 können wir noch holen. Einen Mann können wir noch holen. Die ist immer noch rot. Naja ungefähr 25 bis 30 kann der sein. Die Filiberda. Naja zieht noch eine Güsche aus. Aber es geht bergauf. Der Pfeil ist nach oben. Gut. Alles klar. Also noch einen Bewohner können wir holen. Ich weiß nicht ob man hier hinten noch ein Haus irgendwo hinbauen kann. Hier kriegen wir auf alle Fälle keins mehr her. Ich würde sagen das reicht jetzt so fast. Oder? Wie seht ihr das? Ihr könnt ja die Kommentare schreiben. Da haben wir noch versucht in jemanden zu holen. Aber so viele Häuser hatte ich noch nie. So ein großes Dorf. Mit 36 Wohnhäuser. Bei Feuer. Damit sie überhaupt alle unterkommen. Und hier sitzen sie wieder hier noch auf der Stange. Und keiner erzählt mal einen Witz. Die Zelte sind alles so richtig. Oh. Das jetzt so. Oh je. Ja. Der hier dort. Wer ist das? Der Siebohr. Oh jetzt ist es um 8 Uhr. Jetzt steht es auf. Der sitzt dort und hängt den Kopf runter. Der schläft noch halb. Jawohl. Die setzt dich jetzt. Du schläfst jetzt wohl auch hier weiter. Oder was? Po mir. Wie kann ich dir helfen? Okay. Ach ja. Ja. Gebar. Oh ja. Goodbye. Ihr seid manchmal bei Pfeifen. Mein Hunde. Nein. 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 Die ist auf Arbeit. Oder hat sie ihn mit der Vorarbeit genutzt? Hinterkräuter, hinter. Hallo, Patilda. Wie steht immer unser kleines Kind so als Handwerkmaterial? Na ja, Gott, sie ist noch ganz freundlich. Sie ist noch freundlich. Der hat uns noch nicht angeschneuzt. Na ja, muss man ja vorsichtig sein. So, gut. Was machen wir jetzt mit den angebrochenen Vormittag? Ich sag mal, wir räumen nicht erst mal löfflich. Wir haben jetzt sowieso den letzten Sommertag. Meine Freunde, da kennen wir schon mal. Die Birkenmilchlinge. F, E, F. Die nehmen wir raus. Alles, was jetzt keine Prozente mehr hat, kommt raus. So. Fliegenpilz. So. Fliegenpilz. Zehn Stück. Die haben gar keine gesucht. Weil ich denen auch nichts gesagt habe, dass sie was suchen sollen. Alles klar. Gebraten Fleisch haben wir drin. Keine Kirschen haben. 50 Prozent. Die können wir auch in die Ecke schmeißen. Dann haben wir Pflaumen. 50 Prozent. Irgendwann mal hier irgendwas. Wenn wir keine Gaststätte haben, keine Taverne, da können wir auch keine Pflaumenweine und nichts machen. Zwiebeln. Da könnt ihr jetzt Fleisch mit Soße nehmen. Dann haben wir Teller. Das müssen wir eigentlich machen. Ach so, ich will das Zeug nicht weg. Was haben wir jetzt hier hin? I. Birkenmilchlinge. X, E, F. Gott. Und noch Teller. Was habe ich noch mitgenommen? Kirschen. X, E, F. Mit Pflaumen. X, E, F. Die Steine kann ich wieder wegschaffen. Die Stecke kann ich wegschaffen. Alles klar. Das schaffen wir jetzt wie über uns. Das Soßenlager. Und dann führt sich vielleicht nochmal nach Rollnica, ob ich dort noch einen Mann finde. Und wenn ich dort noch einen weiteren, egal Männlein oder Weiblein mitnehmen kann, dann muss ich halt noch ein Haus bauen. So. Ich möchte jedenfalls ein Dorf so groß wie möglich bauen. Mein Ziel war insgesamt über 100 Personen. Das schaffe ich. Mit Kindern schaffe ich das. Aber wir müssen dann auch die Versorgung sicherstellen, sage ich mal so. Ich glaube, wir brauchen dann noch eine dritte Küche. Solange wir noch keine Taverne haben, werden wir noch eine dritte Küche brauchen. Sonst wird das hier nichts. So. Was haben wir denn noch drinnen? Die. Irgendeine Eisenachs, die räumen wir auch als F. Die kommt raus. Eisenbolzen brauchen wir. Eisenpfeile, Fackel. Meine Fackel hat noch 3,3. Dann behalten wir die drinnen. Den Holz haben wir. Den lassen wir auch drinnen. Die Holzstäbe kommen raus. Die brauchen wir nicht. Die Steine brauche ich jetzt auch nicht. Die Stecke brauche ich nicht. So. Jetzt gucken wir mal, ob die hier noch genug Material überhaupt haben. Zeug. Äxte müssten sie eigentlich haben. Mit Bronze-Äxten und Zeug müsste es eigentlich noch ordentlich funktionieren. Ansonsten müssen wir jetzt mal ein paar Steinexte machen. Es wird Zeit, dass wir irgendwo noch aus der Mine bisschen mehr Zeug kriegen. Was haben wir denn hier? Steinhacke, Steinmesser, Steinexte haben wir keine. Aber die haben andere Äxte. Die haben doch andere Äxte. Das ist ja nicht das Problem. Seine Eisenexte sind Bronzenexte. Es sind Kupferexte da. Damit könnt ihr ja auch arbeiten. Hier Eisenachst eine. Ist noch da. Da müsst ihr auch irgendwo irgendwo eine Bronzeachst sein. Bronzeachst noch eine. Brennholz läuft. 1272. Alles klar. Trotzdem werde ich da noch mal reingucken. Ich glaube, mit den Brettern können wir jetzt mal langsam ein bisschen runtergehen. Wir haben 340 Bretter. Mal gucken wir auch gleich mal in unsere Dings rein. In unsere Holzschuppen. Da ist auch noch mal zu. Gewinnung. Holzschuppen. F. Die machen. So. Holzschuppen wurde er jetzt eh nur schwanger. Ne. Auch da sind grüne Gesichter. Alles klar. Das sind die grünen Smilies. Bretter. Gehen wir mal runter. Die hier machen jetzt mal Null. Die machen auch keine Steckchen mehr. Die machen jetzt 50. 50. Brennholz. Für den Winter müssen wir schon noch ein bisschen Brennholz zulegen. Alles klar. Zur Not können wir ja Körbe daneben stellen. Werden wir auch machen. So. Was machen die hier? Holzstamm. Brennholz. 60. 40. Das gehen wir so lassen. Ja. Holzschuppen. Und die machen. Brennholz. Holzstamm. 50. 50. Halt. So. Jetzt nehmen wir mal hier. Wir gehen mal hier auf die Seite und nehmen mal Brennholz. F. Ich würde sagen wir nehmen mal 1000 raus. Und das schmeißen wir gleich mal hier. Bestätigen. In den Korb. Du sollst den Korb nicht aufheben. Weiß ich mehr. Was willst du mit dem Korb? Willst du rumschleppen oder was? Du bist ein Spinner. X. E. F. F. Wie soll es denn ordentlich hingehen? Mensch. Zurück. Geht nicht. Du hast zu viel Holz. Jetzt kriegen wir den Brennholz. Ich stelle jetzt ja den Korb ordentlich hin. Ja. Alles klar. Jetzt kannst du dein Brennholz nämlich hineinschmeißen. Perfekt. So soll das sein, mein Freund. Gut. Hier haben wir ja auch noch. Vormittag haben wir die Pelze drin. Da sind auch noch massenweise Pelz drin. Was haben wir denn hier noch an Pelzen drin? Ich kann nämlich langsam mal was rausräumen hier. Pelze. Da müssen wir weiter runter scrollen. R. M. N. O. P. Q. R. S. M. O. P. 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 Ach nee. Schmeiße die jetzt auch mal rein. Jetzt haben wir 2500 Pelze hier drin. Na, nicht avınız? Nehmen sollte sie schmeißen. Hände bitte nichts jetzt. Ehrlich vor allem weiße. Pelz, Münsten jetzt schmeißt sie hinein. Das ist nämlich gar gar nicht so einfach. Die müssen aber teintreiben. so hier die stelle 500 900 stämmer nicht das gefriert 400 und wo kann man da hier drauf gehen hier auf dem crafting material holzstämme x 375 muss man wegschmeißen schmeißen wir jetzt hier neuf und holzstämme solange sie noch immer runter und nicht runterkullern geht es ja gut f x 350 34 54 50 bestätigen X, B, F Da hat die Koller nicht so wie ich sein I, X Nee, 325, muss ich einschmeißen I, X, B, F 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 I, X, B so alles klar mache ich weiter wenn ich allein bin jetzt gehen wir haben schon noch 25 minuten ich setze noch mal über eine rollnika und schaue ob ich da noch jemanden finde so ich nehme mal meine armbrust in der hand wie spät haben wir es denn schon wieder um 10.30 Uhr ist es erst so gut das mit den holzstämmen das werde ich rausschneiden ihr habt es gesehen wie ich das mache wie ich das gemeint habe wo ich die hinschmeiße da war ich lange nicht oder halt ich mache jetzt auch noch was das wird dann halt eine weitere folge und machen wir halt zwei folgen draus wir machen das an herbst alles klar meine freunde die folge ist jetzt hier 26 minuten lang schon wir ändern den plan ich bin jetzt meine lager auf und wir gehen den ersten herbsttag drüber nach holnika und besorgen da noch einen mann verkaufen da drüben noch was ich sage jetzt schon mal tschüss bis zur nächsten folgen da sehen wir uns im ernsten ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen ob es schaffen alles klar tschüss bis zur nächsten folge bis zum nächsten mal